Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Musik Wir zeigen heute so ein paar Sachen, wie wir in der Corona-Zeit haben bauen lassen bzw. gebaut. Wir hatten das Glück, dass wir im Tierpark Odenkirchen niemand entlassen brauchten und auch nicht in Kurzarbeit schicken brauchten und haben deshalb dann Möglichkeiten gehabt, Dinge zu bauen und zu basteln, die man halt sonst nicht kann und dafür jede Menge Sachen einfach recycelt, weil natürlich auch hier das Geld knapp ist und deshalb recycelt, damit das Eier nichts kostet, zweitens nicht noch mehr Müll verursacht, konnte dann unsere Gärtnerin in dieser Zeit ganz viele Sachen bauen, die für uns einen Nutzen haben. Einmal Enrichment, also Beschäftigung und hier bei den Papageien ist es keine Beschäftigung, sondern wir haben eine Gruppe von fünf Graupuppageien. Das ist eine bunt zusammengewürfelte Gruppe, die wir vom NABU übernommen haben. Darunter haben wir zwei Nichtflieger, die auch nicht sehr gut klettern können. Die einer hat eine Fehlstellung im Beinchen. Und für so Tiere braucht man natürlich etwas, damit die sich einfacher fortbewegen können. Verschieden starke Sitzäste, was man immer haben sollte bei Vögeln, damit die keine Ballen ausbilden. Und das ist für einen Vogel, wenn die auf verschiedenen dicken Materialien klettern, dann wie eine Behandlung beim Physiotherapeuten. Man kann denen natürlich die Beine massieren, aber wenn die einmal über einen dünneren Ast klettern, über einen dickeren Ast klettern und da auch schon mal ein Hubbel ist, dann ist das immer förderlich für die Gelenke. Und bei uns ist es auch noch so, dass wenn die hier hochklettern und die Aras und die Kakadus nebenan sind, die schon mal auf Krawal aus sind, dann haben die immer die Möglichkeit, denen in die Füße zu beißen. Und deshalb haben wir dann nochmal Möglichkeiten geschaffen, dass die Papageien, gerade die Graupapageien, an anderen Stellen hochklettern können, um einfach dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, von den Kollegen nebenan angegriffen zu werden, was auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Wenn der Schmerz der Schmerz der Schmerz der Gelschef schon Autumn herge kommt, dann kann man den Körpers der Schmerz zeigen. Also haben wir eine schöne Beine. Man kann die Schmerz der 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 Schmerz. Vergesst jetzt nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.